Wir können loslegen, natürlich. Die Aufnahme läuft, super. Und das ist großartig in Schach als Sport, dass du eigentlich ganzes Leben kannst und dann in diesem Bereich bleiben. Du kannst auch ganzes Leben spielen. Es ist für mich so eine Glückssache, weil ich liebe Schach. Hallo, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Michael Busse. Und dies ist Schachgeflüster, der Schach-Podcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 32. Episode von Schachgeflüster, der Schach-Podcast. Heute habe ich eine echte Schachlegende zu Gast. Und wie immer möchte ich ein paar Worte am Anfang zur Vorstellung loswerden. Seine Trainer waren der Weltmeister Michael Bodwinik und die Trainerlegende Mark Dworetzky. 1977 gewann er die Junioren-WM und er ist fünffacher Mannschaftsolympiasieger mit der Sowjetunion. Direkt hinter Kasparov und Karpov war er die Nummer 3 der Weltrangliste. Seit 91 lebte er in Deutschland, 96 wurde er deutscher Staatsbürger. 2000 holte er mit dem deutschen Team die Silbermedaille bei der Schach-Olympiade. 2005 wurde er deutscher Meister und Europameister im Schnellschach. Aktuell hat er immer noch eine Elo von 2593. Außerdem hat er zahlreiche Schachbücher veröffentlicht, unter anderem die berühmte Tigersprungreihe. Zur Zeit widmet er sich vorrangig der Arbeit als Trainer an seiner Schachakademie in Weißenhorn in Bayern. In diesem Jahr feierte er zudem seinen 60. Geburtstag. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Großmeister Arthur Jusupov. Guten Tag. Hallo Herr Jusupov. Ja, allein die Vorstellung bei Ihnen, die fällt schon so lange aus, weil Sie einfach so eine lange Schachkarriere hinter sich schon haben und so eine erfolgreiche. Also vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Vor allem auch, weil Sie gerade viel beschäftigt sind mit Ihrer Schachschule. Gerne gesehen, gerne gesehen. Ich habe versucht, die Fragen mal chronologisch nach Jahreszahlen zu ordnen. Aber die erste Frage betrifft Ihre Persönlichkeit. Und zwar, wo immer man über Arthur Jusupov liest, da heißt es ja, Arthur Jusupov ist wie ein russischer Bär. Ja, ich vermute mal, das liegt an Ihrer Ruhe und Ihrer Kraft, die Sie ausstrahlen. Wo kommt das her? Woher nehmen Sie diese innere Ruhe? Da bin ich gar nicht so sicher, dass ich wirklich in diesem Bild passe. Dann bin ich gar nicht so ruhig im Leben vielleicht sogar manchmal emotionell reagiere. Deswegen bin ich nicht sicher, ob das richtig stimmt. Vielleicht kommt das aber teilweise aus meinem Namen. Und danach zurück, denke ich, das heißt eigentlich Bär. Deswegen, das könnte der Grund sein. Aha, okay, das wusste ich gar nicht. Gehen wir mal in Ihre Schachanfänge. Sie haben in Ihrer Kindheit mit dem Weltmeister Michael Bodwinik trainiert. Und Bodwinik steht ja auch als Name für diese klassische russische Schachschule. Wie war das für Sie, unter so einem großen Namen zu trainieren? Wie war die Atmosphäre? Das war eine sehr große Inspiration. Das war enorm interessant für mich, einfach so einen Spieler, Weltklasse-Spiele dann zu beobachten, wie er denkt. Und dieser Kontakt war bestimmt sehr, sehr wertvoll, weil ich hatte auch im gewissen Sinne in Bodwinik einen schachlichen Vorbild gefunden. Ich hatte auch seine Partien studiert und sein Spielstil lag mir sehr nahe. Ich denke, aber nur mit dem Laufe der Zeit hatte ich dann verstanden, seine richtige Stärke zu schätzen. Für mich, dieser Kontakt war, wie ich wiederhole mich, ein bisschen enorm wichtig. Ich war 14 Jahre und in der Bodwinik-Schule waren einige sehr, sehr interessante Spiele dabei. Und wir wurden auch Freunde dann für Lebenden, Lev Pseiches, Sergej Dalmatow, aber auch etwas jüngere, Gary Kasparov. Also man kann das vorstellen, eine interessante Schachatmosphäre bei Lehrgängen. Und Badwinik hatte das grundsätzlich ehrenamtlich gemacht. Und das war dann auch für mich dann eine Inspiration und Vorbild. Und viel später hatten wir das versucht, die gleiche Form ein bisschen in Leben zu rufen. Und mit meinem Schach-Mentor und Schachlehrer, Marc Tvarez, die hatten wir auch eine Schule gemacht. Nach dieser Vorlage von Badwinik-Schachschule. Also ein großes Vorbild für Sie auch. Sie haben Gary Kasparov erwähnt. Ich habe gelesen, dass Sie mit zehn Jahren zum ersten Mal eine Blitzpartie gegen ihn gespielt haben. Und da war Kasparov sechs Jahre. Und danach haben Sie ja auch oft die Wege gekreuzt, sich oft gesehen, haben auch gegen ihn eine Partie gewonnen. Oder mehrere vielleicht, ich weiß es nicht. Wie war Ihr Verhältnis zu Gary Kasparov? Der war ja auch schon oder ist eigentlich immer noch so ein sehr starker Charakter, sage ich mal. Ja, natürlich. Man hat seinen Charakter und Talent dann sofort gesehen. Das war nicht zu übersehen, sagen wir dann. Das war wirklich ein grandios begabter Spieler. Und ich hatte in der Tat sehr, sehr häufig gegen ihn gespielt. Aber ich denke, ich hatte nur eine Partie gewonnen. Deswegen war das für mich sehr, sehr schwer. Mit Kasparov dann zu kämpfen. Etwas später hatte ich auch verstanden oder besser verstanden, dass es einfach ein anderes spielerisches Niveau war. Talent war viel, viel größer als mein Talent. Und er und Karpov, die waren eine andere Kategorie. Also diese eine Partie, die Sie gegen Kasparov gewonnen haben, die ist auf Ihrer Wikipedia-Seite zu lesen. Aber ein anderer Name interessiert mich auch, und zwar Mark Dwarecki. Den haben Sie angesprochen. Das ist ja auch ein großer Trainer gewesen. Er ist ja vor einigen Jahren verstorben. Und auch einer der besten Schachbuchautoren aller Zeiten mit seinem Endgame-Manual. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Welche Bedeutung hatte Mark Dwarecki denn für Sie während Ihrer Jugend oder auch später? Der deutsche Titel ist Endspiel-Universität. Ja, Mark hat enorme Einflüsse auf mich. Er war dann auch in gewisser Sinne menschlich ein Vorbild für mich. Ich hatte ihn als sehr junger Teenager kennengelernt. Und wir hatten dann Kontakt für alle diese Jahre. Und ja, er wurde auch ein Freund. Und mein Schachlehrer, Schachmentor, er war unglaublich fleißig auch. Er liebte Schach. Und wir konnten wirklich sehr, sehr viele Sachen mit ihm dann besprechen. Und bis zum seinen Tod war er enorm aktiv, auch im schachlichen Bereich. Ich suchte immer neue Materialien, neue Ideen, neue interessante Beispiele und so. Und ja, er hat mich geprägt als Lehrer, Schachlehrer. Natürlich alles, was ich erreicht hatte, dann verdanke ich meinem Trainer und meinem Schachlehrer. Und er ist auch für mich ein großer Vorbild als Trainer. Und das, was ich jetzt mache in diesem Bereich, dass ich versuche, seine Methodik, seine Ansätze dann ins Leben zu bringen. Was war dann? Genau. Und dann letztens. Sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Machen Sie weiter. Ja, ich war gut in Fahrt. Ja, das ist dann, ich unterrichte jetzt auch, mache einige Unterrichten für Trainer, ja. Und das einfach, ich erkläre, wie ich arbeite. Und so, wie ich arbeite als Trainer, hatte ich dann natürlich von Marc Dwaretz gelernt. Und das ist, ich ihm dann das schuldig, ja, ihm und auch teilweise Batvinnik, ja. Und ich versuche dann, was ich dann von diesen Menschen gelernt habe. So wie übrigens von vielen anderen sowjetischen Spielern. Ich hatte wirklich Privileg, zum Beispiel mit Boris Kulko oder Sergej Makaricow oder Evgenij Sveshnikow oder Josef Dorfmann, Alexander Panschenke, mit allen, ich hatte dann noch zehn Namen, ja, mit Alexander Belawski, mit allen diesen, Alexander Czernin, meine Freunde, Lev Pseichis, Sergej Dalmatow. Alle diese Leute hatten auch einen Einfluss, ja. Die Stärke von sowjetischer Schachschule, die vielleicht ist etwas unterschätzt, war gerade diese Kontakte zwischen den Kollegen. Das machte dann sowjetische Spiele so stark, dass wir die Informationen, die Kenntnisse miteinander geteilt hatten. Und diese Atmosphäre war einmalig. Also eine spannende Zeit. Man möchte da eigentlich nochmal eine Zeitreise machen und diese russische Schachschule anschauen, wie das war. Aber das ist auch schon die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich ihre Olympiasiege mit der sowjetischen Mannschaft, also fünfmal Olympiasieger. War das da auch so, dass quasi die Stärke darin lag, in diesem Austausch, in diesem Teamgeist? Oder war das mit Typen wie Kasparov, Karpov, Kortschneu? Das waren ja alles auch ganz individuelle Charaktere, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig mochten. Wie war das? Was war das Geheimnis? Das ist eine sehr gute Frage. Gut, Kortschneu war schon auf die andere Seite. Dann praktisch in die Zeiten, wo ich in sowjetische Mannschaft eingestiegen. Und das war dann um 1980. Dann durfte ich das erste Mal bei Europameisterschaft als Reserve-Spieler dann eintreten. Und wenig später in die Olympiade in Luzern. Ich war damals jung und eigentlich, denke ich, nicht so glücklich. Aber ich hatte sehr gute Entscheidungen getroffen. Als Reserve-Spieler, ich habe gesagt, ich bin einfach bereit, immer zu spielen. Sie können mir dann immer sagen, dass ich spielen sollte. Aber bitte, ich sollte nicht zur Mannschaft sitzen und kommen. Ich bereite mich für die Partie. Und das war dann eine sehr, sehr gute Entscheidung. Weil die Atmosphäre in der Mannschaft war nicht optimal. Wegen der Rivalität zwischen Karpow und Kasparow. Und danach, später, natürlich hatten sie fünf fantastische Zweikämpfe gespielt. Aber in dem Moment, wo ich anstehe, 1980, war klar, dass Kasparow die größte Herausforderung wird. Und diese Rivalität war dann auch schon zu spüren. Und deswegen war das individuelle Stärke, die meistens entschieden hat, die Turniere. Und übrigens, die angenehmsten Olympiaden waren, wo die beiden nicht gespielt hatten. Und da hat die Mannschaft leicht, leichter im Spiel vielleicht gehabt. Das ist ein Paradox. Aber ja, individuelle Klasse ist so hoch. Es war dann aber so, dass es zählt der erste Platz. Der zweite Platz wäre eine Katastrophe. Und das ist dann eine andere Mentalität natürlich. Kommen wir aber gerne mal zu Ihren Einzelerfolgen. Oder eigentlich geht die Frage eher in Richtung kleine Rückschläge. Und zwar war es so, dass Sie mehrmals an den Qualifikationswettkämpfen für die Schach-WM teilgenommen haben und dreimal auch das Halbfinale erreicht haben. Also Sie standen kurz davor, um die Weltmeisterschaft zu spielen. Aber da gab es dann immer Niederlagen. Also 86 gegen Andrei Sokolov, 89 gegen Karpov und 92 gegen Jan Timmern. War das sehr bitter und unglücklich damals für Sie? Oder haben Sie gedacht, naja, Schach-Weltmeister gegen Kasparov oder Karpov, das schaffe ich sowieso nicht. Also ist es nicht so schlimm. Es ist sogar eher ein Erfolg. Also war das ein Rückschlag oder ein Erfolg für Sie, diese Halbfinale? Man muss das im Prinzip als Erfolg sehen. Dass ich mich dann qualifiziert habe, weil die Qualifikation bis zum Halbfinale war alles anderes als selbstverständlich. Ich denke, das war alles in Ordnung. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, mit meinem Wissen von heute, und dann hätte ich dann einen zweiten Versuch unternommen, dann weiß ich erstens, dass ich noch mehr arbeiten musste, um mit diesen Top-Leuten dann zu konkurrieren. Dann hätte ich vielleicht eine kleinere Chance. Sonst, ich hatte einmal gegen Karpov Zweikampf, und dieser Zweikampf war nicht schlecht von meiner Seite. Ich denke, dass Karpov war nicht in optimaler Form. Und da hatte ich meine Chancen, die ich leider nicht benutzt habe. Am Ende hat Karpov knapp, aber verdient gewonnen. Und er war dann aber trotzdem Spieler von anderem Maßstab. Die sind einfach Titanen von Talent und waren auch nicht faul, Karpov und Kaspar. Ja, das glaube ich. Also ich finde es auch ganz tolle Ergebnisse. Ich habe mich nur gefragt, wie Sie das ja im Nachhinein sehen. Ja, 1990, da gab es ein tragisches Ereignis. Und zwar wurden sie bei einem Raubüberfall in ihrer Wohnung verletzt oder sogar angeschossen. Man sagt auch, dass das zu dem Entschluss geführt hat, dass sie nach Deutschland umziehen. Ja, haben Sie das Ereignis schon verarbeitet sozusagen oder beschäftigt Sie das immer noch? Doch, ich kann jetzt darüber reden. Aber natürlich erste Zeit, der Trauma war sehr, sehr groß, weil man hat sehr, sehr große Unsicherheiten einfach. Ich könnte zum Beispiel die Tür nicht öffnen, wenn jemand klingt. Weil das einfach nicht gegangen ist. Das ist dann der erste Moment. Es war dann sehr, sehr komische Geschichte im Sinne, das ist dann ein großer Unglück, was geschah, dass sich einfach die Tür geöffnet hat. Das war dann Unglück und so schlechte Entwicklung. Und er wurde dann sofort eingeschossen. Und dieser Unglück, in dem Moment, wo man auf mich geschossen hat, hatte ich dann unglaubliches Glück. Ich war verletzt, aber es könnte einfach viel schlimmer sein. Ich hatte sogar nicht verstanden, dass ich angeschossen wurde. Für mich war das nicht klar. Es war wie ein Schlag, aber nichts Besonderes. Gut, ich hatte fehlende Erfahrungen in diesem Gebiet. Ja, wer hat da schon Erfahrung, ja. Ja, zum Glück. Aber es könnte schlimm sein, weil es aber auch Schuss, und es könnte einfach irgendwelche Organe dann treffen, und das wäre was dann. So in diesem Moment, dieser Unglück, in sehr, sehr große Glück wurde umgewandelt. Und das ist so ein wirklich sehr, sehr merkwürdiges Erlebnis, muss ich sagen. Und danach, übrigens, hatte ich dann auch viel Unterstützung von verschiedenen Schachspielen bekommen, und dann auch von Basil Koch hat er mich nach Belgien angeladen, weil sie könnten nicht alles rausnehmen in Moskau. Und dann, dort war ich dann auch kurz operiert, dann in Brüssel. Das ist dann auch etwas, was ich sehr, sehr dankbar ist für die Menschen, die dann das, Basil Koch und seine Frau, die hatten dann um mich gekümmert. Und das ist dann sehr, sehr wertvoll auch, diese Erfahrung. Aber sie haben recht, in dem Moment, oder kurz nach diesem Episode, wurde mir klar, dass ich das Land verlassen muss. Und das war für mich dann viel leichter, das zu tun. Ja, das war ja auch eine unruhige politische Zeit damals, ne? War das möglich dann, erstens, weil diese Perestroika angefangen hat. Und im zweiten Moment war dann psychologisch für mich klar, okay, ein Leben hast du beendet, jetzt kannst du ein zweites Leben führen. Und das ist dann viel einfacher. Und dann ist man bereit, dann psychologisch dann zu umändern. Okay, jetzt deine zweite Chance. Und ich bin, in diesem Sinne, bin ich diesem Schicksal dankbar, weil wirklich, ich bin dann nach Deutschland gekommen, meine Kinder sind in Deutschland geboren. Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen von meiner Mannschaftskollegin, von der Schachabteilung Bayern München. Die hatten mir dann enorm dort auch geholfen. Und das war dann wirklich gute Zeit. Ich hatte ein fantastisches Land kennengelernt. Und ich wusste nicht, dass Deutschland es auch schon ist, von der Natur, von allem, was es da gibt. Und das war dann eine große Bereicherung, neue Sprache. Ich bin sehr, sehr dankbar auch für diese Gelegenheit eigentlich, für praktisch ein zweites Leben. Ja, also ich glaube, das Schach in Deutschland ist Ihnen auf jeden Fall dankbar für das, was Sie machen. Nochmal eine Frage zu Ihrer Frau. Sie hatten es erwähnt, 91 war das auch, glaube ich, die Hochzeit mit Ihrer Frau und die zwei Kinder, die Sie bekommen haben, Jekaterina und Alexander. Die sind ja auch Schachspieler. Wie ist das denn so, in einer Schachfamilie zu leben? Sie spielen jetzt gar keinen Schach. Die sind beide, die dann arbeiten in der Uni, sie promovieren. Die hatten andere Schwerpunkte dann. Aber sie hatten einen Jugendschach, einen Gelerntschach gespielt. Ich finde persönlich, das ist wichtig, dass die Kinder Schach spielen. Weil ich hatte als Kind sehr, sehr viel von Schach profitiert. Weil es gibt eine andere Einstellung zum Lernen. Man lernt zu lernen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Sache. Man lernt auch selbstständig Arbeit. Man lernt, Entscheidungen zu treffen. Und mit diesen Entscheidungen zu leben. Mit Fällen zu leben und so weiter. Das ist dann so eine Schule, die finde ich enorm wichtig. Und deswegen hatten wir auch unsere Kinderschaft beigebracht. Aber wir wollten sie nicht im professionellen Bereich sehen. Weil dazu braucht man eine Sammlung von Qualitäten, die dann im Prinzip ziemlich zufällig ist. Und wenn etwas fehlt, dann ist es sehr, sehr schwer, im Schach erfolgreich zu werden. Oder auf großem Niveau, auf professionellem Niveau. Aber man kann von Schach sehr, sehr viel profitieren, natürlich. Kommen wir doch mal zu einer berühmten Schachpartie von Ihnen. Sie wissen wahrscheinlich, welche ich meine. Und zwar war das 1991 gegen Vassili Ivancuk. Das war auch im WM-Viertelfinale, glaube ich. Kandidatenmatch-Viertelfinale. Und die gilt auch als eine der besten Partien aller Zeiten. Und wurde auch ganz oft analysiert. Sie haben da einen Turm geopfert. Und Ivancuk hat dann die Dame geopfert aus lauter Verzweiflung. Musste dann aber doch aufgeben. Erinnern Sie sich noch gut an die Partie? Ja, natürlich. Auch an den Umständen von diesem Zweikampf. Das ist etwas, sage ich, sehr, sehr unglücklich gelaufen für Vassili. Der bessere Spieler war schon in diesem Moment. Aber es passierte ein paar Sachen. Es passierte Folge, dass in dieser Zeit, wo wir Zweikampf gespielt hatten, es war in Putsch in Moskau, ich lebte schon in Deutschland. Der Zweikampf war in Brüssel, von Bessel Kok organisiert. Und zusammen mit anderen Kandidaten kämpften. Und ich war dann dort mit Mark Twaretsky. Und Zweikampf war sehr, sehr schwierig, weil Ivancuk einfach sehr stark war. Er führte dann knapp. Ich kämpfe so gut, wie ich kann. Aber okay, das war dann so eine Situation. Und dann am Ende des Kampfes, was passierte, es war dann dieser Putsch in Moskau gegen Gorbatschow. Und diese Umstände, die führten dazu, dass für mich der Match war dann nicht so wichtig, natürlich. Und das ist, was passiert, dann ist wichtiger als Schach oder als jede Sportart, klar. Und meine Vorbereitung für die letzten paar Partien war, so zwischen BBC und CNN dann umzuschalten und dann zu sehen, was in Moskau dann läuft. Und dann kurz zu diesem Moment, vor der letzten Runde, dann hatte das einen Rückstand, einen Punkt, ich musste die letzte Partie gewinnen. Und die Partie war schon sehr, sehr gut eigentlich. Aber kurz vor dieser Partie wurde klar, dass irgendwie das gut beendet wird oder relativ gut, weil es war, glaube ich, nur drei Menschen gestorben. Und für mich, meine Familie, dann war natürlich auch in Deutschland, aber meine Eltern, meine Brüder, alle waren in Moskau. Für mich diese Situation in Moskau, wo dort die Panzer auf der Straße stehen, das war sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie man das Gefühl beschreiben kann. Und es ist dann relativ gut ausgegangen, vielleicht optimal ausgegangen, weil nur drei Menschen sind gestorben. Es ist natürlich immer ein Verlust, aber wenn die Panzer auf die Straße dann gehen und wenn sie fangen zu schießen, werden natürlich nicht drei Menschen sterben, sondern viel, viel mehr. Und das hat aber irgendwie vernünftig ausgegangen, sagen wir dann. Und das war dann Ende. Und das hat dazu geführt, dass ich dann quasi absolut befreit spielen könnte, diese letzte Partie. Und schon letzte Partie war sehr gut, ich könnte wunderbar rechnen. Und das war für mich so wie eine Sternstunde. Vielleicht eine super Form, die ich dann vielleicht einmalig bekommen habe. In diesen zwei Tagen, diese achte Partie war gut, aber die nächste war vielleicht, eigentlich die nächsten zwei waren dann auch sehr, sehr gut. Und diese Partie, die sie angesprochen hat, mit schöner Kombination, das war dann die Type-Break-Partie. Und ich spielte das und einfach, ich wusste, dass alles irgendwie gut wird. Weil dieser Lauf, ich hatte so einen Lauf bekommen und dann könnte ich mich alles zutrauen. Und das ist dann in der Tat, dass irgendwie auf... Mir tut das leid, weil Ivančuk hat nichts Falsches gemacht. Warum plötzlich trifft er dann mich in einen super Formzustand? Ja, dann diese zwei letzten Tage. Aber dieses Niveau, dass ich hatte das nur zwei Tage. Wenn ich das immer so gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich Weltmeister. Aber ich bin auch für diese zwei Tage sehr, sehr dankbar. Das zeigt, theoretisch wäre viel, viel noch mehr möglich. Aber ich verstehe, das ist dann einfach Sternstunde, dann macht man etwas wirklich wunderbar und funktioniert das. Ich hatte in meiner Schachkarriere einige interessante Partien gespielt, aber bei Schachinformator, damals die wichtigste Publikation, ich hatte nie geschafft, als beste Partie dann oder sowas dort hochzustehen sogar, in der Liste. Ab und zu war ich in der Liste. Ein paar Mal hat meine Gegner gewonnen, dann die beste Partie der Informator, aber ich war nie nah dran. Und dann war das achte und neunte Partie, standen dann auf ersten, neunte auf ersten Platz und achte auf zweiten Platz bei dem Schachinformator. Und das ist auch kein Wunder, weil ich wirklich gut gespielt habe, aber es ist dann durch diese Umstände erklärbar. Das ist wirklich für mich, dass ein kleines Wunder passiert. Dass ich spielte so, wie ich könnte, optimal dann. Das war dann wirklich mein optimaler Schach und das war dann im Prinzip gut. Ja, also es ist interessant, auch psychologisch gesehen, was so ein euphorisches Ereignis oder eine Erleichterung dann auslösen kann für die eigene spielerische Qualität. Ich hatte das auch gespürt einfach, dass dieser wirklich Zustand von tiefer Erleichterung, Ereichterung dann und dann, okay, da kannst du alles machen. Da kann man dich nicht nehmen. Auch Ivancuk nicht stoppen dann in diesem Moment. Aber es war nicht gegen Ivancuk, ich war einfach Schach, er hat dann gute Zuge, um die Partie dann zu gewinnen, irgendwie das. Ja, also ich glaube, bei Ivancuk braucht man sich auch nicht entschuldigen. Also das ist schon okay, der hatte in seinem Leben noch genug andere Gelegenheiten, gutes Schach zu spielen. Ja, er war aber ein besserer Spieler dann und es ist einfach von seiner Seite, das war dann etwas unglücklich. Er hat das auch, er hat das verdient auch weiterzukommen, als bessere Spieler, und er hat gut gespielt, die ganzen Zweikämpfe. Das war nicht so, auch diese Partien hat er, glaube ich, gut genug gespielt, aber einfach, ja, wie gesagt, super Form und diese Sternstunde, was ich erlebt hatte, da, da, es waren nur zwei Tage, aber okay. Für diese zwei Tage bin ich trotzdem, trotzdem dankbar. Das alles, was ich gemacht hätte, würde dann zum Gold, hätte ich dann zehn Lottoscheine gekauft, wahrscheinlich hätte ich dann mich versorgt für ganzes Leben, aber okay. Ja, schade, dass sie es nicht gemacht haben. Darüber habe ich nicht gedacht, aber deswegen vielleicht, deswegen vielleicht mein Schach geklappt hat. Okay. Nächste Frage, und zwar 1995 gab es einen WM-Kampf zwischen Vichy Arnand, der war damals noch 25 Jahre alt, und Garry Kasparov. Und Sie haben Vichy Arnand da unterstützt als Sekundant. Also ich weiß, Sie haben später auch noch Peter Leko und Judith Polgar trainiert, aber Vichy Arnand ist mein Lieblingsspieler und deswegen interessiert mich das besonders. Wie kam das denn zustande? Also hat der Vichy Arnand Sie angerufen und gefragt, hilfst du mir? Oder ja, wie ging das und wo genau haben Sie ihn da unterstützt? Ja, zuerst hat er mich dann aus dem Zyklus, vierer Zyklus weggefegt, vier und halb zwei und halb hatten wir Zweikampf und danach, kurz danach spielte er dann gegen Kamski im PCA Zyklus und mit Kamski hat er Schwierigkeiten, weil ich hatte dann in Indien, ich glaube, in viele Wettbewerbe gegen Kamski verloren, obwohl er bessere Spiele war. Und dann hat er mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm dann arbeite für diesen Zweikampf gegen Kamski. es passte und wir hatten angefangen, dann gegen Kamski zu vorbereiten und dann war ich auch bei Zweikampf und dann so gut wie möglich meine Arbeit gemacht und Anand hat verdient gewonnen. Er war stärkerer Spieler in diesem Moment. Kamski war sehr gut, übrigens Anand war noch ein bisschen stärker. Und danach spielte er dann gegen Kasparov und hat dann auch mich gefragt, ihm ein bisschen zu helfen. Bei Eröffnungen oder wo haben Sie ihm da geholfen? Als Sekundant. Das ist dann eine grundsätzliche Arbeit mit Eröffnung natürlich, aber es ist etwas breiter. Leider war das irgendwie nicht optimal gelaufen. Ich war auch nicht ganz zufrieden. Dann entscheidender Moment zum Beispiel wir waren nah dran um die Eröffnungsprobleme zu entdecken. Ich habe einfach auch gesessen und versuchte dann Zug um Zug dann diese spanische Partie dann zu prüfen. Einfach jeder Zug wo könnte Gefahr sein. Und ich war bei dieser Arbeit aber irgendwie wurde ich abgelehnt. Wenn ich vielleicht noch zwei Stunden gearbeitet hätte, hätte ich möglicherweise dann die Neuerung von Kasparov entdeckt. noch ein paar Züge gebraucht und ich war dann relativ gut dabei und systematisch. Es war vermeidbar leider, aber Kasparov hatte Erfahrung und diese Erfahrung von fünf Kämpfen gegen Karpov war schon von so einem großen Wert. Man hat das gesehen, dass diese Erfahrung gefehlt auf diesem Niveau zu spielen. Er hat alles richtig gemacht und einige Sachen hat er dann deutlich besser gemacht als wir und ja das ist dann ein bisschen schmerzlich dass wir nicht ganz geschafft hatten ja okay man hat auch ich mag Vichy sehr 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 nette Menschen eigentlich fantastische Spiele es fällt nicht viel aber es könnte auch noch interessanter Kampf sein naja also Kasparov war halt auch herausragend und Vichy Anand hat es ja dann später auch noch geschafft fünfmal Weltmeister zu werden natürlich aber diese Erfahrung die wir bekommen hat wir dann von größeren Werten dabei klar ja wir müssen aus Zeitgründen ein paar paar Dinge überspringen also 96 zum Beispiel haben sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und sind dann auch in der Bundesliga gewechselt also haben vier Jahre für Bayern München gespielt und seit 96 für Solingen und das nächste Thema was ich aber ansprechen wollte war die Gründung ihrer Schachakademie das war glaube ich auch 96 in Weißenhorn in Bayern das bringt mich zu dem Themenblock Arthur Yusupov als Trainer was ist denn so der Grundgedanke hinter ihrer Schachakademie was was ist ihr Ziel was sie damit verfolgen Ja diese Entwicklung war ein logischer Schritt für mich auch wegen meiner schachlichen Ausbildung dass ich mit Mark Dwaritz so viele Jahre gearbeitet hatte ich hatte dann eine Vorstellung wie sollte man trainieren und so weiter ziemlich gut dabei dazu noch diese Erfahrung von russischer Schachschule das ist dann auch von größerem Wert das war dann so ein Punkt der zweite Moment und das muss man auch vorstellen das ist etwas anderes natürlich Einstellung muss man ändern und das könnte ich machen ich denke dass nicht alle Spieler können diese Einstellung verkörpern aber für mich war das wahrscheinlich wiederum wegen meiner Erfahrung war das leichter zu tun weil als Spieler bist du sehr egoistisch und du musst das auch egoistisch sein weil du willst selber besser werden und das ist dann Haupt Haupteinstellung als Spieler du versuchst sich zu verbessern das was eigentlich egoistische Einstellung und deswegen oft wirken dann die Top Spiele zum Beispiel etwas arroganter als sie sind das ist einfach beruflich bedingt dass die müssen dann über sich denken um besser zu werden als Trainer du bist ein Gegenteil du willst dass jemand an anderen besser wird das ist dann etwas andere Mentalität deswegen diese Umstellung ist schwierig dann für viele Spiele für mich war das leichter wegen dieser Vorbilder das ich hatte dann auch das ist ein Grund vielleicht Charakter zuge weiß ich nicht und dann in diesem Moment war ich noch ein Top Spieler aber irgendwie ich habe gesehen was kommt da kommen Kamski da kommt Anand da kommt Kramnik da kommt Ivanchuk ich habe gesehen dass ich einfach gegen diese Leute wenig Schanzen habe langfristig und kurzfristig um gegen sie dann zu bestehen muss ich dann vielleicht doppelt so viel Zeit investieren als vorher weil es wirklich Top Talente gekommen sind nicht Karpov und Kasparov die dann noch aktiv waren sondern diese Leute und da irgendwie fehlt mir Kraft oder Motivation das noch zu tun ich hatte dann in diesem Moment hatte ich natürlich auch Kampf gegen diese Konkurrenz jüngere Konkurrenz verloren schon wenn du nicht Motivation hast dann hast du auch keine Chance Ja gut ich meine sie waren ja auch lange Zeit guter Spieler und irgendwann muss man sich dann auch was anderes suchen Man könnte das denken aber es gibt auch andere Beispiele wie Korchnay zum Beispiel der ist dann für mich überhaupt Korchnay ist der Spieler der Jahrtausend aber das ist ein bisschen andere Geschichte aber da musst du diese innere Motivation haben und sie dann finden diese Motivation hatte ich nicht und das ist eine Sache und die zweite Sache dann natürlich hat man Familie dann überlegt man was kann man noch tun auch die Kinder die ein bisschen größer werden dann vielleicht werden sie dann auch unterrichten oder meine Frau unterrichten sie das war dann für uns irgendwie dann logische Gedanke das zu tun und ich bin sehr sehr glücklich darauf wir haben dann unsere Akademie gegründet und ich habe angefangen Unterricht zu geben und man muss dann so in Wasser springen mein Deutsch war nicht so gut es ist nicht so gut jetzt auch aber trotzdem nicht vergleichbar was dann vor diesen Jahren es war noch für mich dann zu früh aber trotzdem mein Schach war sehr gut oder mein Schach Verständnis und da hatten Leute mich verstanden Schach war meine Sprache und irgendwie auch mein Deutsch wurde dann akzeptiert aber es war dann auch wichtig für mich ich glaube es ist wichtig auch für Integration es ist wichtig etwas aktiv zu machen aktive Position zu nehmen und etwas zu tun was auch die anderen Menschen interessiert und diese Gefühle als Schach Profi hatte ich nicht aber jetzt habe ich Gefühl ich mache etwas und dann kommen Leute zu mir und sagen vielen Dank wir haben viel gelernt und das ist dann andere genug tun das ist dann wirklich du hast ein gutes Gefühl und dann machst du dann natürlich mit viel mehr Enthusiasmus weiter du machst etwas was für die anderen Menschen nützlich ist das das hatte das Erlebnis für mich und dann hatten wir das weiter geführt und es ist dann etwas gutes geworden aus Schach Akademie wir hatten auch viele viel auch mit Kindern gearbeitet meine Frau ist Schachtrainerin ausgebildete Schachtrainerin und sie hat auch Erfolg im Kinderbereich einige unsere Kinder wurden groß geworden hatten auch einige im Junioren Bereich einige gute Ergebnisse meine Tochter war einige mal deutsche Meisterin zum Beispiel Ja das ist dann ein bisschen anderes Leben und dann im gewissen Moment hatte ich auch angefangen Schachbücher zu schreiben ja das irgendwie alles kam dann so als logische Schritte dann logische Entwicklung und das ist großartig im Schach als Sport dass du eigentlich ganzes Leben kannst in diesem Bereich bleiben und du kannst auch ganzes Leben spielen und auch als Trainer kannst du tätig sein und du hast die Möglichkeit Bücher zu schreiben es ist für mich so eine Glückssache weil ich liebe Schach das ist dann einer der großen Lieben meines Lebens und Schach ist so ich war als sechsjähriger begeistert von Schachspiel und ich bin immer noch begeistert von Schachspiel und ich denke das hilft auch und das motiviert auch und diese Begeisterung und Kenntnisse und alle anderen Sachen will ich dann weiter geben Ja schön Stichwort Schachbücher 2007 war das glaube ich da haben sie diese berühmte Tigersprung Reihe angefangen insgesamt sind es glaube ich zehn Bücher die den Leser in drei Stufen auf Level 1500 1800 beziehungsweise 2100 DWZ bringen sollen und die sind auch 2008 ausgezeichnet worden als beste Buchreihe mit einer Medaille die Boleslavsky Medaille warum sind diese Bücher aus ihrer Sicht so erfolgreich und bekannt geworden was ist das Erfolgsgeheimnis dahinter Gut das Konzept war schon richtig und wichtig weil es fehlte in Schachliteratur damals es fehlte einfach eine systematische Reihe die dann verschiedene Aspekte des Spiels dann deckt und diese fundamentale Sachen dann mindestens fehlte das in deutscher Literatur es gibt oder es gab einige dann hervorragende Bücher die dann um Strategie oder noch andere Sachen kümmerte oder Taktik aber es gab keine methodische Buchreihe die dann die sollte dann fundamentales Wissen vermitteln sowas gab es nicht und ich habe gedacht warum gibt es kein Lehrbuch oder Lehrprogramm in Russland gab es einige Lehrprogramme aber ich denke ich hatte das benutzt aber ich hatte einigen Sachen verbessert aus meiner Sicht ich dachte das ist eigentlich sollte eine Aufgabe von Schachverband sein so ein Programm zu herstellen weil sie haben auch dazu auch Ressourcen aber offensichtlich keine Lust sowas zu machen und ich habe gewartet ich hatte geguckt meine Kinder sind dann größer geworden so ich brauche für sie dann auch Material und das hatte ich dann angefangen zuerst als Kurse anzubieten Fernkurse und die hatten gut gelaufen und aus diesen Fernkurse hatte ich dann später die Bücher gemacht ja es war dann ich war nicht optimale Autor aber es einfach fehlte dann diese fundamentale Kurse wie Lehrbuch wie in der Schule dann erste Klasse zweite Klasse dritte Klasse mit Aufgabe sowas fehlte dann einfach auf den Markt und diese Lücke wollte ich schließen in erster Linie dann zuerst für meine Kinder aber danach wurde dann etwas größeres Projekt ich wurde dann ein bisschen von Seite von Chess Tigers und Hans Walter Schmidt animiert dazu dann auch das zu machen weil ich wusste das ist ein sehr sehr großes Projekt und eigentlich bin ich vielleicht nicht optimale Person das zu schreiben weil manchmal könnte ich nicht Schwierigkeiten der Aufgaben richtig einzuschätzen aber ich hatte gewisse Feedbacks bekommen es wurde etwas besser und besser und dieses Projekt immer noch lebt weil ich korrigiere noch viele Sachen in die älteren Versionen und dann kommen dann bessere Versionen auf den Markt ich habe das auch gelernt dass es gibt keinen Sinn zu jammern und sagen warum gibt es sowas nicht dann musst du dann selber versuchen das zu tun wie bei meinem Podcast den mache ich ja auch weil es sowas noch nicht gab genau das ist dann Motivation dann machen wir das selbst machen selbst Hilfe dann ist das das Beste genau noch eine Frage zur Arbeit mit Kindern und zwar 2018 haben sie eine neue Firma oder zusätzliche Firma gegründet nämlich die Jusupov Schachschule GGMBH und da haben sie auch so eine schöne Vision das habe ich auf der Homepage gelesen und zwar wir bilden Schach Großmeister von morgen aus und ich glaube es gibt auch zusammen mit dem Deutschen Schachbund und der Deutschen Schachjugend so ein Projekt können sie das Projekt mal beschreiben was sie da machen ja die Idee war im Prinzip beenden wir das jetzt dieses Projekt ich glaube es war dann nicht schlecht gelaufen aber Schachschule bleibt GmbH wurde gegründet weil es passende Form für dieses Projekt wir investieren viel Zeit und eigenes Geld in diese Förderung das ist keine kommerzielle Struktur oder man manchmal versteht das nicht ganz aber GmbH gibt das Möglichkeiten für uns etwas besser zu arbeiten und mehr gezielt in die Sache zu investieren Traum war dann die Kinder ziemlich früh zu nehmen und früh zu entwickeln wir suchen dann natürlich neue Super Talente so wie Vincent Keimer zum Beispiel wäre gut dann sowas zu finden aber wahrscheinlich müssen wir ein bisschen gedulden bis dann zweite Keimer dann kommt wir haben schon einen Super Talent ist das auch schon gut ja deswegen wir suchen dann wir wollen dann die Kinder ambitionierte Kinder eigentlich die Chance geben sich schneller zu entwickeln und vielleicht bei Junioren Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften dann zu spielen und vielleicht für Deutschland etwas zu gewinnen die Konkurrenz ist so groß Niveau in einigen Ländern ist so hoch nennt man Russland oder jetzt Indien es ist sehr sehr schwer dann wirklich konkurrenzfähig zu sein im Prinzip wir sehen uns dass diese Chancen auf Erfolg sind sehr sehr gering aber gerade das macht das Projekt für uns interessant oder macht das Projekt für uns interessant fast Hoffnungslosigkeit dass wir sehr sehr wenig Chancen haben wirklich jetzt ein Talent zu finden oder Talent dann zu auf diesem Niveau dann zu bringen sehr sehr viele Sachen anderes aber wir versuchen das vielleicht werden wir nicht ganz erfolgreich sein das spielt auch keine so dramatische Rolle wenn wir dann sagen wir nicht Großmeister bekommen aber einige internationale Meister ist auch nicht schlecht und wir haben im Moment schon vier Kinder vorbereitet die dann jetzt in deutsche Kader aufgenommen sind dann so schlecht sind wir nicht dieser Bereich U8 U10 wo wir dann aktiv geworden wir könnten so vier Kinder dann weiter helfen diesen Sprung ins deutsche Kader zu schaffen so vielleicht wir arbeiten dann in diesem Sinne ein bisschen für Zukunft im deutschen Schach versuchen dann Sachen zu unterstützen ich denke das auch wir hatten auch ein Turnier U8 Turnier Tügersprung Turnier gemacht zweimal in diesem Jahr könnten wir leider nicht durchführen wegen Corona so diese Sachen werden wir auch weitermachen trotzdem versuchen dann gute Kinder zu finden ambitionierte Eltern zu finden die dann Kinder unterstützen und die dann qualitative Training anzubieten ich hatte diese Inspiration von Badwinik von Badwinik Schule der hat auch mit uns etwas Älteren gearbeitet hat aber hat einfach viel gemacht einfach weil er wollte dass seine Kenntnisse dann teilen und das ist für mich Inspiration ich mache das ohne Geld zu bekommen das ist dann mein Beitrag und das was ich gesprochen habe früher was für mich ist wichtig etwas zurückzugeben was ich bekommen hat auch in dieser Unterstützung enorme Unterstützung in Deutschland was ich dann bekommen hat das will ich auch ein bisschen dann meine Dankbarkeit zeigen mindestens mit dieser Organisation mit Kinderschachschule Vincent Keimer haben Sie vorher angesprochen den haben Sie ja auch eine Zeit lang trainiert was was trauen Sie ihm denn zu oder woran konnten Sie auch mit ihm vielleicht zusammen arbeiten er ist ein sehr sehr großer Schachttalent das kann man praktisch sofort erkennen an seiner Spielstärke dass er dann viel stärker als vergleichbar dann Junioren eine der stärksten Junioren in der Welt sehr guter Junge sehr talentiert und arbeitet sehr hart und hat dann auch gute Einstellung und ich bin auch sehr glücklich jetzt dass er mit Peter Leko arbeitet weil ich kenne auch Peter sehr gut und mit Peter hatte ich dann gearbeitet sondern für mich dann dieser Übergang dass Peter jetzt arbeitet mit Vincent ist sehr gut ich hatte Vincent glaube etwas mehr als einem Jahr begleitet so ist das besser für ihn weil Leko ist immer noch Weltklasse Spieler dann kann Vincent enorm profitieren von dieser modernen Kenntnisse dass Leko hat und zweitens Peter war auch ein Wunderkind wir können das auch Vincent in diese Kategorie stellen und das ist eine besondere Kategorie ich war kein Wunderkind ich war gut aber ich war nicht Wunderkind Kasparov war Wunderkind oder Peter Leko war Wunderkind sehr sehr früh sehr weit entwickelte Kinder und das ist eine Besonderheit und dann kann das viel viel besser nachvollziehen die Probleme die Situation und ich wünsche den beiden viel Erfolg ich denke das ist dann die müssen weiter arbeiten und das ist dann die gute Chance für Vincent sich weiter zu entwickeln Ja Sie gelten auch als Experte für die russische Verteidigung also E4 E5 Springer F3 Springer F6 und haben auch ein Buch dazu geschrieben Was ist das Besondere für Sie an dieser Eröffnung also das Buch hat immerhin 434 Seiten das heißt Sie haben schon sich viele Gedanken zu der Eröffnung gemacht Ja natürlich ich hatte das auch gespielt vorher dann intensiv sehr gespielt ich hatte russische Verteidigung von meinem Schachlehrer Marc Dwarecki erklärt bekommen und dann später auch noch von Großmeister Sergej Makaritsch hat mir sehr sehr viel geholfen um Feinheiten der Eröffnung dann zu beherrschen und zu verstehen für mich das war immer dann eine aktive Eröffnung kennt man sagt russische Verteidigung langweilig das spielt man auf Unentschieden aber wenn man Lodik der Verteidigung sieht dann E4 E5 Spring GF3 Weiß greift an was macht Schwarz er verteidigt nicht er spielt Spring GF6 er greift auch an das ist da gar keine passive Gedanken hier es ist etwas anderes das Gegenangriff Gedanken dann im Gegenangriff und das ist für mich was dann immer Schlüssel für russische Verteidigung diese Gegenangriff Gedanke dass Schwarz versucht um Initiative zu kämpfen und schon vom ersten Zug deswegen war das für mich diese Eröffnung fasziniert noch fast bei keinem anderen eröffnet den Schwarz am zweiten Zug etwas angreift vielleicht bei alle Verteidigung schon am ersten Zug eigentlich Verteidigung ist falscher Ausdruck wenn wir nicht verteidigen sondern angreifen das ist russischer Angriff aber ok russischer Gegenangriff Gegenangriff wahrscheinlich am besten passt noch eine Frage zu Olympia und zwar sie haben ja nicht nur mit der russischen Mannschaft gespielt sondern auch mit der deutschen fünfmal und 2000 gab es da auch so den zweiten Platz der war ganz sensationell aber zwischendurch gab es eine Unterbrechung da haben sie ihren Rücktritt mal erklärt weil die viele Doping Proben einführen wollte wie war das genau was wurde da getestet und was hat sie da so dran geärgert damals können sie das noch beschreiben ja das war dann einfach dumme regeln das war nicht Doping Proben was Problem war sondern die hatten auch Koffein in Doping Liste gestellt und wenn ich dann zwei Kaffeetassen trinke dann bin ich schon gedoppt was ist natürlich total Unfug aber so war das damals ich denke Grund Gedanke dann teile ich absolut ja klar man sollte diese verbotenen Sachen dann nicht benutzen das ist eins und man sollte nicht Sportler animieren etwas zu nehmen was vielleicht sie dann schadet und dass diese Antidoping Sachen unterstütze ich grundsätzlich nur im Schach machen sie sehr sehr wenig Sinn weil aus meiner Erfahrung leider weiß ich dass 10 Tassen Kaffee werden mir nicht helfen Kasparov zu schlagen wenn sie eine Partie mit einem beliebigen Spieler ihrer Wahl spielen könnten also auch per Zeitreise gegen einen historischen Spieler und an einem beliebigen Ort der Welt mit wem und an welchem Ort würden sie gerne spielen an welchem Ort gut das ist wahrscheinlich für Schach Partie nicht ganz so relevant ja ich werde lieber jetzt eine Geschichte erzählen ich hatte eine irrationale Begegnung ich spielte eine Partie gegen Jesus Nagueras Großmeister aus Kuba sehr netten Spieler und er spielte weiß und ich dachte ich muss ihm unter Druck setzen holländische verteidigung gewählt aggressiv gespielt und Jesus er spielte einfach er macht so Nagueras macht einige sehr einfache Züge aber ich spürte irgendwie großen Druck er spielte das das ist schwer er macht jetzt toll ich konnte das nicht erklären aber es war stark einfach aber sehr stark was er gemacht hat und dann hatte ich ihm nach die Partie gesagt du weißt du hast die wurde unentschieden die Partie ich könnte dann irgendwo ausgleichen sogar kleine Vorteile bekommen aber Konzept dann erhofft und Konzept war sehr beeindruckend für mich und er hat ihm gesagt ja du hast heute so stark gespielt so einfach aber stark und er hat mir dann gesagt weißt du Arthur ich hatte eine so und dann habe ich gedacht mein Gott so hat natürlich Gegner von Capablanca Gefühle gehabt einfach aber irgendwie so stark dass man kaum atmen kann das ist wahrscheinlich hätte ich dann Capablanca gewählt wegen dieser Erfahrung ja vorgewissen dass er wirklich so fantastische fantastische Eindruck hinterlässt ja sehr schön und letzte Frage das Schach hat sich ja viel verändert gerade durch Corona in den letzten Monaten sind Sie auch eigentlich einer der der dann das alles mitmacht also spielen Sie auch online unterrichten Sie auch online oder ist das alles überhaupt nicht mehr Ihre Welt sozusagen wir sind dann durch Corona mit meiner Schachschule und Schachakademie wir sind dann im 21. Jahrhundert katapultiert werden weil das so viel online passiert ich spiele selber aber nicht online weil ich halte nicht so viel davon mir fehlt dann eigentlich mein Gegner dann sehe dann es ist nicht das gleiche Gefühl für mich und das zweite Problem ist dass oft leider nicht ganz viel gespielt wird online das habe ich dann in meiner kurzen online phase leider zu häufig erlebt und dann aufgehört online zu spielen das ist für mich nicht akzeptabel aber diese Corona Zeiten natürlich stellen total neue Herausforderungen ich vermisse dann aber schrecklich dann diese Turnieratmosphäre und normale Turniere dass wir wirklich Leute normal gegeneinander spielen können was wir aber sehr sehr viel machen zurzeit ist dann online Seminare Webinare und wir machen das wirklich fast jede Woche etwas ich bin jetzt fast jede Woche mache ich dann ich hatte vorher dann viel online unterrichtet jetzt vielleicht doppelt so viel wie früher plötzlich öffnet andere Möglichkeiten weil bei Live Seminaren du hast vielleicht 20 Teilnehmer vielleicht etwas mehr vielleicht maximum 40 Teilnehmer aber bei online man kann viel viel mehr bis 100 kann man haben vielleicht sogar noch mehr das ist dann andere Möglichkeiten für unterrichten und etwas größere dann und vielleicht für die Menschen ist auch einfacher dann man muss nicht jetzt reisen das ist dann viele Schachfreunde benutzen die Chance dann für etwas zu lernen werden ja also da an die an die zuhörer kann ich noch den tipp geben es gibt auf youtube einen kanal der heißt artur jusupov und da gibt es so ein kleines dem webinar da kann man sich das mal anschauen wie so ein webinar läuft und unter der homepage jusupov de kann man dann schauen was es für webinare gibt also falls ihr euch mal unterrichten lassen wollt von artur jusupov in so einem webinar oder auch von den mitarbeitern von ihm dann schaut da auch auf jeden fall vorbei vielen Dank michael ich wollte sagen das youtube kanal das stellen wir ab und zu dort auch freie video dann kann man auch ja sehr schön also ich könnte sie noch ewig weiter interviewen aber die zeit ist leider schon am ende deswegen bleibt mir nur danke zu sagen für die zeit und die antworten und ja es hat mir sehr viel freude gemacht und man spürt es bei ihnen dass sie immer wieder sagen sie wollen etwas zurückgeben und ich glaube ich kann sagen dass das jetzt schon gelungen ist dass sie dem und ich hoffe euch liebe hörer auch vielen vielen dank für nette worte und vielleicht irgendwann dann in zehn jahren können wir vielleicht noch weiter noch mal reden gerne das ist das ist ein deal also in zehn jahren melde ich mich auf jeden Fall nochmal hoffe ich dass ich wirklich geschafft hat dann etwas zurück zu geben also das haben sie jetzt schon da bin ich mir ganz sicher die bilanz ist auf jeden Fall positiv und ich glaube auch dass das deutsche Schach vielleicht sogar noch viel mehr hätte machen können und viel mehr hätte einsetzen müssen aber ja wir arbeiten daran ich bin sicher dass wir haben hoffentlich noch Zeit und vielleicht noch ein paar positive Sachen auf die Beine zu stellen ja dann das ist doch mal ein schönes Abschlusswort dann ja in diesem Sinne vielen Dank und alles Gute Beste Gesundheit und Dankeschön Großmeister Arthur Jusupov Vielen Dank Ja liebe Zuhörer ich hoffe euch hat die heutige Episode gut gefallen ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt dann schreibt einfach an meine E-Mail Adresse sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion vergesst auch nicht auf YouTube den Kanal zu abonnieren damit ihr informiert werdet wenn eine neue Episode hochgeladen wird alle Spotify Hörer haben die Möglichkeit dem Podcast zu folgen falls ihr mich auf Apple Podcast hört gebt mir bitte eine Bewertung all das hilft um den Kanal populärer zu machen wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com geschrieben Patreon das ist natürlich absolut freiwillig hilft mir aber die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben die damit verbunden sind zu bestreiten am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen die ihre Zeit und Energie eingebracht haben bei meinem Schachverein nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung bis zur nächsten Folge bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung viele Grüße euer Michael bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020